hallo und herzlich willkommen zum livestream kalender in der woche 18 des jahres 2012 vom 30 wird bis zum 6 5 ist dieser kalender aktiv und alle leistungen für gehen ab 20 uhr aus sonntags ab 20 30 und wir fangen heute auch direkt an und besuchen in der world of warcraft die feuerlande nochmal denn dafür noch ein paar leuten ein paar folge und vielleicht auch equipment und wir wollen auch den nächsten schon mit der legendary ausstatten schon ist gut ja egal morgen dienstag feiertag wer da nichts vor hat es ist ins k2 finale ist angesagt und im anschluss daran wo ich habe noch keine ahnung wir werden sehen den mittwoch naja nach dem feiertag brauchen wir alle so ein bisschen zeit für uns so ein bisschen so zum chillen deswegen haben wir da kein live stream da muss man auch mal ein bisschen ausnüchtern denn getrunken wird natürlich auch auch am dienstag wird getrunken am donnerstag wiederum geben wir in die drachenseele wieder rein besuchen sie legen die bosse und hughara ist diesmal fällig weh wenn nicht am freitag habt da ruhe kann sich aber auch ändern je nachdem wann ich lust habe mit der strandmaus in die beta zu gehen das kann am mittwoch passieren unwahrscheinlich denke ich mal oder am freitag also haltet euch die trotzdem frei am samstag ist das große sammeln angesagt in es ist wie zwei denn federn müssen noch geholt werden fundstücke und 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 viel zu tun und am sonntag schluss letztendlich damit diese woche auch gut zu ende geht besuchen wir noch mal die drachenseele und legen die restlichen bosse hoffentlich ohne großartige probleme ich freue mich darauf euch dabei zu sehen da ich dabei zu haben euch unterhalten zu dürfen wenn eine 90 80 die musik den link gibt es wieder unter video den link zum kalender natürlich auch unter video bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020